K-E-I-T-H. An dieser Buchstabenkonstellation kommst nicht vorbei, wenn du dich für Titanium Outdoor Geschirr interessierst. Was das bedeutet, das finden wir gemeinsam raus. Hallo und willkommen, das ist der Rainer Rossmann vom Survival Show für Berlinskunst. Schön, dass du dabei bist. Titanium Geschirr von der Firma Kais, Kais, Kait, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ich weiß, was es kann. Und zwar, ich habe einige Dinge von dieser Firma, da, drei drin, ja, und auch andere Titan Hersteller ausprobiert und manches habe ich gleich wieder zurückgeschickt. Ich habe das bei Amazon bestellt, habe das aufgemacht, habe es angriffen und habe es gleich zurückgeschickt, weil die Legierung, dass das außen drumherum rau, unangenehm, einfach war. Das ist überhaupt kein Qualitätskriterium, also für mich zumindest, und ich kenne mich auch in der Metallkunde einfach nicht genug aus, ja. Nur wenn ich was, wenn ich einen Becher habe, den ich dann die ganze Zeit, oder oft in der Hand habe und daraus nippe und es graust mir, wenn ich ihn angreife, weil es zu rau ist und so eigenartig, dann ist das für mich ein Qualitätskriterium. Ob das bedeutet, dass die Legierung gut oder schlecht ist, das will ich damit nicht behaupten, aber für mich fühlt es sich nicht gut an. Kann aber sein, dass gerade das, was so rau und unangenehm ist, viel besser ist, ich habe keine Ahnung. Aber diese, diese Teile hier, ich habe jetzt hier so einen, einen Becher von Kalt, da, genau, kann man schön umklappen, wirklich eine tolle Sache, finde ich gut, kommt auch standardmäßig mit einem Deckel, ich glaube das sind 300 oder 350 nach 300 Milliliter und das geht sich wirklich, wenn man es bis ganz oben anfühlt, also da ist fast überhaupt kein, kein Spielraum mehr. Den kann ich hundertprozentig empfehlen, der taugt mir total. Und dieser Löffel hier, dieser Löffel hier, ja der ist auch, der ist auch cool, finde ich. Irgendwie, ich meine ich habe einen Titan Spork von Light My Fire, den habe ich auch, wenn man die beiden jetzt miteinander vergleicht, dann sind die jetzt, ja, vom Löffel her, ich meine, ja auch da macht die Tiefe etwas und das ganze geschieht, aber die fühlen sich beide super an. Der hat halt keine Gabel dabei, die man beim Spork dabei hätte, aber so soll das halt sein. Top Teil, super Sache. Und wovon ich jetzt in letzter Zeit ganz begeistert bin, das ist dieses kleine Topfel hier, ja, auch von Kalt. Und du siehst es, ich war schon ein paar Mal im Lagerfeuer, ich tue das Ganze dann, also ich koche im Lagerfeuer und ich schrubbe das Ganze dann auch immer wieder mal, wenn es mir ganz einfach zu unangenehm wird, ab mit, mit, ich weiß nicht, wie man das auf Hochdeutsch sagt, einem Waschl, einem Drahtwaschl, also einem, einem aus Drahtdingsbums halt, wo man das, wurscht, du kannst dir hoffentlich vorstellen, was ich will, mit ein bisschen Ziff dazu und dann geht die ganze Sache wieder runter, gibt aber andere Varianten auch noch, wurscht. Aber es geht ja um was ganz anderes. Ich habe andere Hersteller, ausprobiert, wie zum Beispiel hier, Espit, ja, den habe ich auch sehr intensiv getestet und ich mag den auch sehr, sehr gern, der ist auch fein, aber trotz alledem sind mir diese Kite-Produkte doch noch einmal ein Tick lieber. Warum? Es ist ein bisschen mehr Material, weil Titan, da habe ich eh schon einmal darüber gesprochen, natürlich nicht so stabil ist wie ein Edelstahl, ja, und mir kommt auch vor, dass er ein bisschen instabiler ist, bei gleicher oder ungefähr gleicher Wandstärke wie Aluminium, aber das ist, vielleicht vertue ich mich da, wie gesagt, ich bin kein Metallkunde, Spezialist und ich kann mir jetzt auch schon wieder vorstellen, so wie beim letzten Titan-Video, dass irgendwer da draußen sitzt und sich denkt, das kann man nicht sagen, das ist so fürchterlich, dann schreib es mal wieder, ganz entspannt, aber das wäre irrsinnig fein, aber kannst du es auch aufgeregt schreiben, wenn es da das lieber ist. Ich finde die echt top, ich kann sie, wie gesagt, hundertprozentig empfehlen, weil ich in letzter Zeit oft die Anfrage auch kriege, speziell auch wegen dem letzten Video, welche Firma, welche Marken und ja, die hier ist für mich die herausragendste. Ich habe angefangen mit dem Becher, das hat mir irrsinnig taugt, also ich bin total fasziniert, dann habe ich mir noch den Topf besorgt und dann auch noch den Löffel und es ist eine ganz feine Geschichte. Ich will jetzt noch abschließend etwas herzeigen, so, dass wir es runterfallen und so, ich weiß nicht, was das bedeutet, vielleicht, wenn du Metall-Experte bist, dann erklär mir das, bitte, ja, ich bin ja, ich bin für alles offen, ich weiß es ja nicht, das ist der Espit und bei dem Espit-Titan, wenn ich das angreife, das ist auch rau, die Legierung ist irgendwie so, ich weiß nicht, aber es geht gerade noch, ich habe schon viele ärgere Sachen gehabt und wenn ich mir jetzt das kenne, das ist total glatt, das ist fast wie Edelstahl, ja, also es ist nicht Edelstahl, aber Wahnsinn, ja, ich weiß nicht, wie kommt das, warum ist das eine, wenn es greift sich an wie, weiß ich nicht, Bartstoppel und das hier total glatt und super, ich weiß auch nicht, wird schon seinen Grund haben und es kommt mir auch vor, dass es insgesamt stabiler ist, weil mehr Wandstärke, das war es einfach, kurzes Video, weil ich immer wieder gefragt werde, was ich da, welche Firma ich hier empfehlen kann. Ich gebe da unten den Link auf das Produkt, entweder in Europa oder ich, beziehungsweise ich habe, die Pfanne habe ich in China gekauft, das hier ist von Amazon, gibt es überall, schau dir einfach an, wo der bessere Preis ist und was dir gefällt und wo du kaufen willst, das liegt an dir, der Hersteller ist grundsätzlich aus China, aber so ist die Geschichte ganz einfach. Ich sage danke fürs Dabeisein, mag dich um einen Kommentar bitten, nämlich einen Kommentar, worum ich dir wirklich bitten mag, ist einerseits einmal wegen diesen Oberflächen, woran es liegt, wenn du Metallkunde, Spezialist oder Spezialistin bist und das andere ist, welche Marke du einsetzt, wo, Titan meine ich jetzt, ja, welche Titanmarke du einsetzt, das würde mich ganz einfach interessieren. Wenn du mir einen super Kommentar schreiben willst, dass mein Feuerstall, letzter Feuerstall des Lebens, 150 Gramm hat und ich dann mit Titan herumspiele, kannst du das auch gern tun, ist einfach spannend, Daumen nach oben oder Daumen nach unten, Abo, wenn du das erste Mal hier bist, aber andere Videos zum Anschauen, unten der Link zu den Produkten, dein Renni Rausfaden, bis bald, ciao!